Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017